Ich heiße Karina Eibensteiner, bin in der T-Systems im Account Management im Bereich Strategic Industries. Die Rolle als Account Managerin ist, die Schnittstelle zu bilden zwischen dem Kunden und der T-Systems. Das heißt, ich bin sozusagen das Sprachrohr des Kunden innerhalb des Konzerns, versuche da Geschäfte anzubahnen, bringe die bis zum Abschluss und auch darüber hinaus natürlich die erste Ansprechperson für die Kunden auch in Zukunft. Ja, das ist so meine Rolle. Jeden Menschen mit Respekt zu behandeln und so, wie man selbst behandelt werden möchte. Das ist quasi das, was man als Einzelner beitragen kann. Im Konzern gesehen bedeutet Diversity ein bunt gemischtes Team so zu gestalten und so zu fördern, dass man aus jeder Person und jedem einzelnen Mitarbeiter die Stärken herausholt. Mein Held war eigentlich immer meine Mama, die das von Beginn an so gut gesteuert hat mit vielen Kindern und uns in jeder Situation gesteckt hat.